Hallöchen, wie ihr seht haben wir heute eine ganz andere Location für euch, denn wir sind nicht im Stall oder auf dem Acker, wir sind heute bei Pleiky in seiner Outdoor Küche. Wir wollen euch zeigen, was man mit unseren Produkten aus dem Hofladen alles so herrichten kann. So, wir stehen jetzt hier in der Outdoor Küche von Pleiky und der wird uns jetzt erstmal noch ein bisschen hier was zu erzählen, weil es ist alles schön interessant und hier ist auch jede Menge da, also für die Fleischfreunde unter euch ist das hier ein kleiner Traum? Ja schon, auf jeden Fall, ja. Wie bist du eigentlich zum Grillen gekommen? Fangen wir erstmal damit an. Ja, wie bin ich zum Grillen gekommen? Auf jeden Fall, ich mag Fleisch. Darum findet man mich halt auch bei euch immer mal im Hofladen. Und ja, irgendwann hat sich das dann halt so, dass wir angefangen haben zu sammeln. Verschiedene Grillgeräte. Und dann hat sich das Hobby gestalten oder nicht gestanden. Genau. Und jetzt sind wir da, wo wir halt jetzt gehen. Letztes Jahr, nochmal bei euch auf dem Hof, haben wir das Barbecue-Event gemacht. Genau, hatten wir ein schönes Grill-Event gemacht. Das war eigentlich so richtig gut angekommen. Wir grüßen hier auch aus an Mösi zum Beispiel, ja, an Tobias. Und viele, viele anderen Helfer natürlich auch. So, kommen wir jetzt aber zum Grundwählen. Du kannst uns ja erstmal erklären, was ihr so alles hast. Was wir so schönes rumstellen. Kann ich gerne machen. Gut, fangen wir einfach mal an. Ja, hier draußen fangen wir an. Wir haben unsere Feuertonne, universell einsetzbar. Die werden wir heute vielleicht auch noch benutzen, je nachdem, wie das Wetter nachher ausschaut. Da werden wir dann ein paar Burger grillen. Ja, hier haben wir unseren Smoker, gerade so fürs Niedertemperaturgaren, für langwierige Sachen, gern eingesetzt. Und ja, allseits beliebt. Hier unser Hochbeet, quasi für frische Kräuter und Tomaten und Peperoni. Jetzt natürlich nicht so viel los im Hochbeet, aber im Frühjahr geht das hier wieder los. Ja, hier draußen haben wir uns an unsere Arbeitsfläche geschaffen. Wir haben hier eine Flachstrecke, sage ich mal, aus Eucalyptus-Holz mit schwarzem Granit. Sehr unempfindlich, lässt sich super mitarbeiten, lässt sich auch super reinigen. Ja, hier vorne haben wir unseren Beefer, unseren Hochleistungsgrill. Unseren Hochtemperaturgrill, der geht bis 800 Grad hoch, gerade für Freunde des guten Steaks. Das ist ein absolutes Muss in meinen Augen. Hier drüben, der kommt auch nachher zum Einsatz, unser Fleischwolf. Also auch die Burger-Patties, die machen wir selber, die golfen wir selber, pressen die selbst. Und dafür wird der Fleischwolf unerlässlich. Sollten mal zwei, drei Leute mehr zum Barbecue kommen, haben wir hier unseren Gasgrill. Da geht ein bisschen wett rein. Wollte ich eigentlich nicht haben, ich war der Holzkohle-Fan. Aber ich muss sagen, ich möchte den nicht mehr tauschen zum guten Schluss, haben wir hier unsere Dutch Oven. Gerade, ich sag mal, für Schichtfleischgeschichten, für Gulasch, unbedingt mehr so einsatzbar. Man kann drin backen, man kann drin schmoren. Also wirklich top, kann ich nur empfehlen. So, und wie man sieht, bist du ja auch so ein kleiner, nordischer Freund hier war. Da hast du dich in ein paar Rohnen hier einfach mal hingehangen. Und da sieht man auch schon die geldische Axt. Hier wird dann öfters mal einer misshandelt. Ein Stück Fleisch wird hier öfters mal misshandelt. Ja, falls das Fleisch im Stück kommt, müssen wir es ja dann auch irgendwie klein bekommen. Genau, so muss das sein. Ja, natürlich kommt hier noch Dotes an. Hier wird wahrscheinlich nichts geschlachtet. Nein, das lässt sich aufgrund der Hygienebedingungen hier natürlich nicht so machen. So, all you can eat, das ist natürlich nicht schlecht. Ja, das wird heute auch wahrscheinlich das Motto werden. Ich denke schon, ja. Damit der Ranzenwoller wächst heute. Das ist ja für mich wohl auch super. Schnittbretter sind eigentlich auch alle schön rustikal gehalten, ja. Da hat man jetzt eigentlich kein Plastik und sowas. Bisher eh der Fan von. Genau. Ich sag mal, hier im privaten Bereich, da kann man noch mit Holz arbeiten. In der Gastro ist es nachher halt so, da muss es dann natürlich den Hygienevorschriften entsprechen. Hier können wir natürlich noch rustikal mit Holz machen. Was natürlich nicht fehlen darf, ist das gute alte Gentier-Thermometer. Wir arbeiten ja heute bei über, nee, es sind genau 10 Grad. Genau 10 Grad, ja. Außerdem regnet es ein bisschen, also perfekte Stimmung zum Fleischgrillen, hätte ich jetzt gesagt. So, wir haben uns natürlich jetzt vom letzten Hofhahnverkauf ein paar älte Teile zurückgelegt. Und das werden wir euch jetzt einfach mal noch näher erläutern. So, hier haben wir uns jetzt unsere schöne Zauberschale, wo das schöne Fleischgrillen liegt. Wir fangen gleich erstmal mit unseren schönen T-Bohnen an, ja. Das ist 40 Tage gereift. Da bin ich schon mal gespannt, wie das naja schön schmeckt. Und wie das allgemein auch von der Fleischkonsistenz ist. Hier haben wir unser schönes Spider-Steak, ja. Das wäre jetzt vom Schwein das Kachelfleisch. Kommt aus dem hinteren Ende der Kuh. Und das ist eigentlich auch sehr intensiv im Geschmack und hat auch eine schön zarte Konsistenz. Und das wird bestimmt nachher noch ein schönes, extravagantes Steak werden. Dann machen wir hier weiter mit unserem Gumbraken. Wie man hier schon schön erkennen kann, ist ja halt auch ein bisschen durchwachsener. Und das eignet sich natürlich auch sehr gut für Gehacktes. Und somit machen wir das naja ja auch einfach mal schnell durch den Fleischwolf. Und machen da unsere Patties draus. Dann haben wir hier noch ein paar Hüftsteaks. Ja, die sind auch sehr zart, ähnlich wie das Rumsteak. Ist auch ein Teil, was nicht bewegt wird. Und darum ist das auch so von der Struktur und auch von der Konsistenz genauso zart wie ein Rumsteak. So ja manchmal noch ein bisschen zärter. Wenn man es richtig macht natürlich, muss man betonen. Hier haben wir jetzt unseren Rinderbug. Daraus werden wir ein Carpaccio machen. Der kommt dann nochmal in Frost. Und da schneiden wir das naja schön runter. Macht man ja normal mit dem Filet. Aber wir haben uns gesagt, wir probieren das jetzt ganz einfach mal mit dem Rinderbug. Weil der von der Masse her und von der Struktur da auch ziemlich gut geeignet für ist. Ja, das ist jetzt hier unsere Zauberschale. Wie wir schon gesagt haben. Und ich hätte gesagt, wir lehnen jetzt einfach mal los. So, wie Tim euch das schon vorgestellt hat. Wir haben hier ein Spider-Steak. Das werden wir nachher entweder auf der Feuertonner oder im Gasgrill zubereiten. Das werden wir sehen. Und zwar machen wir das Ganze im Teriyaki-Style. Dazu werden wir das Ganze jetzt marinieren. So wie es ist im Stück. Dafür habe ich gestern schon eine Abwandlung der Teriyaki-Sauce gekocht. Und zwar mit Sojasauce, mit Whisky, mit Knoblauch und mit Agavendicksaft. Also eine eigene Kreation, sage ich mal. Finde ich aber für mich vom Geschmack her angenehmer als eine normale Teriyaki. Das riecht auch auf jeden Fall schön. Wir haben vorhin schon mal eine kleine Riechbraube hier gemacht. Dazu werden wir das Steak hier einfach einlegen in der Soße und dann ziehen lassen. So, das kommt jetzt noch eine Weile in den Kühlschrank. Und dann werden wir das Steak nachher nochmal einbegrüßen. So, die nächsten Vorbereitungen betreffen wir unser Carpaccio, was wir machen wollen. Wir haben uns für den Rinderbuch entschieden, weil der halt vom Geschmack her auch sehr intensiv ist. Und von der Fleischstruktur halt auch unheimlich zart ist. Da wir den halt nicht im Stück machen wollen, werden wir den jetzt teilen. Suchen wir uns einen breiten Teil raus. Den werden wir jetzt in Frischhaltefolie einwickeln und ungefähr zwei Stunden lang im Tiefkühlschrank anfrieren. So, dass wir den nachher auch rauchdünn schneiden und gegebenenfalls noch ein Stück plattieren können. Wichtig ist, dass wir den halt unheimlich fest einschlagen. Da brauchen wir jetzt auch mit der Folie nicht sparen. Nach zwei Stunden sollte der denn so sein, dass wir den nachher mit einem scharfen Messer auch rauchdünn schneiden können. Viele nehmen dafür die Aufschnittmaschine. Die haben wir jetzt hier nicht in der Außenküche und ich denke, das kriegen wir nachher auch so hin. Das Ganze servieren wir dann mit Olivenöl, mit Parmesan und Rucola. Das ist auch natürlich schön. Rucola finde ich ja richtig schön. Das ist wohl noch ein sehr hoher Grünanteil im Fleisch. Ja, wir werden da drei Liter drauflegen fürs Auge und dann ist gut. Gut, alles klar, haben wir das auch geklärt. Gut, das wird jetzt per DHL wohin geschickt? In den Giffkühlschrank. Gut, alles klar bei leerer Frost. Ich freue mich. Wir werden gleich mal den Kappbraten noch vorbereiten, wenn wir einmal dabei sind. Den werden wir in wolfgerechte Stücke mal optionieren. Das macht man jetzt auch vorrangig, damit der Fleischwolf in dem Sinne auch nicht so leer läuft. Das ist dann auch nicht so gut für die Maschine. Wir haben hier kein Industriefleischwolf. Das ist einfach für ein Haus gebraucht, sage ich mal. Und da muss man schon ein wenig drauf achten, dass es nicht zu groß ist. So, dann werden wir das Ganze jetzt mal eben durch den Fleischwolf schieben. Beim Fleischwolf, wie man sieht, mir ist eine unheimlich grobe Scheibe drin. Mag ich sehr gern, um halt ein bisschen Struktur in den Patties nachher noch zu haben. Also es würde auch wesentlich feiner gehen, aber ich mag halt diese grobe Struktur, so dass man auch ein wenig Biss im Patty hat. So, jetzt wird es mal kurz ein bisschen laut. So, jetzt wird es mal kurz. Zu den Burger-Patties, da gibt es verschiedene Theorien. Ich würze die ein wenig vor mit ein bisschen groben Salz und einer Pfeffermischung. Nicht viel, sondern nur für so einen kleinen Grundgeschmack. Manche machen gar nichts dran. Ja, über die Jahre hat sich das bei mir so abgezeichnet, dass ich das eigentlich mag. Wenn es ein ganzer, ein wenig vorwürzt ist. Das ist eine Pfeffermischung und grobes Meersalz. Wir haben das Ganze einmal durchmengen, so dass ich das auch schön verteilt. Und danach werden wir die Portionen für unsere Bürger-Patties abbiegen. Da gibt es auch verschiedene Größen für die Bürger-Patties. Ich habe mich entschieden, aufgrund der Bürgerpresse, die ich habe, die Patties alle mit 116 Gramm abzubiegen und dann zu pressen. Da sind sie nicht zu dick. Das ist eine gute Portion für einen Bürger. Der ist noch zu schaffen. Und ja, egal ob Mann oder Frau, ist es für keinen zu viel, sage ich mal. Man kann die Presse auch halt umdrehen. Man kriegt dann einen ja fast 250 Gramm Bürger raus. Aber ich finde, das ist schon unheimlich viel. Wer das mag, kann halt lieber zwei Scheiben nehmen. So, das ist eine schöne Vorhauung. Ja, das ist halt, wenn du selber machst, sieht es halt wirklich auch toll aus. Wenn du dann manchmal schaust, wie das, ich sage mal, gerade bei dem abgepackten Fleisch im Supermarkt ausschaut, so ein bisschen trostlos, von der Farbe her alles gleich, egal ob Schwein oder Rinde ist dann halt nicht so mein Ding. So, jetzt brauchen wir noch unsere Küchenlage. So, wir werden jetzt die Pötis abwiegen, den 116 Gramm. Wenn man ein paar gemacht hat, dann ist es auch immer relativ nah dran an den 116 Gramm. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen zu viel. Wir sind zwar keine Apotheker, sagen wir auch immer im Hofladen, aber hier ist es gerade wichtig, weil sonst kriegen wir Probleme in der Bürgerpresse. Dann quillt es entweder raus oder es wird nicht richtig gepresst. Und das ist dann doof. Darum sind wir hier relativ genau. So, ich habe jetzt hier auch gar noch was entdeckt worden. Ich weiß ja, was das ist, aber viele Zuschauer vielleicht nicht. Das ist nicht, weil du immer Wolverine spielst. Das ist, wofür? Das sind die sogenannten Bärenklauen. Die sind da, wenn man Pulled Pork oder Pulled Beef macht. Also es wird ja dann Niedertemperatur gegart, entweder im Smoker über, ich sage mal, beim Pulled Beef bis zu 30 Stunden oder man macht es im Dutch Oven, da kann man dann halt auch ein bisschen gescheißen, weil es nicht jetzt minder lecker ist. Wenn das Fleisch schon quasi fertig ist, dann wird es damit zerrissen und halt in diese kleinteilige Struktur, die man dann halt davon kennt, gebracht. Also damit wird das Fleisch richtig zerrissen. Darum halt Bären klauen, weil der macht es genauso mit seinem Fleisch. Wow, der ist so ab und an mal Honig. Das ist auch ein kleines Honig-Leckermäulchen. Ja, na sicher. Honig, den es auch natürlich bei uns im Hofladen gibt, den kann man natürlich auch nehmen, fällt mir gerade ein, für die Teriyaki-Soße. Macht sich ganz gut. Anstatt des Agavendicksaftes. Für mich als Diabetiker ist der Agavendicksaft an dieser Stelle besser geeignet, weil ich den halt besser vertrage. Aber wie gesagt, Honig ist dann natürlich eigentlich im Grundrezept vorgesehen. Also der letzte. Der letzte Klumpen Hackfleisch. Ja. 113. Super. Was machen wir das kleine Ding hier? Willst du dich das noch in den Mund stecken? Den werden wir nachher noch kosten. Den werden wir nachher noch kosten. So, das war's. So, haben wir schöne Fleischbällchen jetzt hier fertig waren. Jetzt können wir dann auch loslegen. Genau, jetzt wollen wir dann anfangen, die zu pressen. Ja, für ein 5er kannst du die Soße nachher mal trinken. Also, wenn die genauso geil schmecken, wie die riecht, dann wie ein Heiland-Sack. Ja, kommt ihr jedes Mal aus der Ecke, vorhin hat es schon gesagt, es riecht gut. Jetzt soll ich die Soße für ein 5er-Sack machen wir natürlich. Jetzt haben wir hier unsere Dürerpresse. Da gibt es die verschiedensten Fabrikate. Da gibt es das Metall, das Kunststoff. Ich finde, Kunststoff lässt sich leicht reinigen. Ich habe mir, ja, für die einfache Handhabung, vielleicht die Trennblätter bestellt. Die gibt es direkt für Bürger. Die passen hier rein und so löst sich das nachher auch super aus dem Deckel. Dann schnappen wir uns hier so einen 116-Gramm-Ball. Und dann einfach, wer nicht genug Kraft in den Händen hat, der hat halt Bäche gehabt. Der hat Bäche gehabt oder mit dem ganzen Körper. Wir brauchen mal eben noch ein Gefäß, um die Päckchen abzunehmen. Ich mache da unheimlich diese ganzen Edelstahlgeschichten. Die lassen sich halt einfach reinigen, sind hygienisch und da macht sich das halt gut. So, hier haben wir den ersten Päckchen. Das sieht schon mal gut aus. Genau, man kann jetzt auch mit dem Papier einfrieren. Das tut der Qualität keinen Abbruch. Und lässt ihn dann auch einfach aus dem Vakuumbeutel dann entfernen. Wenn wir denn mal Bürgerpäckchen machen, machen wir auch immer gleich ein paar mehr. So, dass sich halt der Aufwand auch lohnt. Also gerade für den Fleischwölf, sage ich mal. Alles kleine Hipsen jetzt. Bei der Bürgerpresse ist es halt so, das wird man hier ein wenig sehen. Wir pressen hier oben eine Delle rein in den Päckchen, so dass der sich beim Grillen und Braten nachher nicht wellt. Sonst haben wir nämlich das Problem, dass sich das dann zusammenwellt. Das wollen wir nicht haben. Wir wollen ja ordentliche Bürgerpäckchen haben. So, der letzte ohne Fahrschein. Obwohl, seinen Fahrschein hat er ja oben drauf. Liebig kann man das auch in den CD-Player reinmachen, hat auch die perfekte Größe. Ja, man muss nur ein bisschen drücken. Und es geht halt wieder raus. Achtung, nicht nachmachen. So, hier liegt unser schönes Spider-Steak noch in der Soße. Also, es ist ungelogen an richtig herrlicher Geruch. Hier kriegt man richtig schön Hunger. Ich bin schon gespannt. Ich bin gespannt. Wir machen jetzt schon mal das erste Steak. Und zwar machen wir jetzt das T-Bone, das 40 Tage gereifte. Und da bin ich schon ziemlich drauf gespannt. Und du eigentlich auch. Ja. Wie das so vom Geschmack nachher ist. Und das machen wir jetzt hier ganz einfach mal in dem Piefer. Und wir zeigen euch, dass jetzt einfach, die Kamera läuft einfach jetzt weiter. Ja? Ja, wir starten jetzt erstmal den Piefer, so dass er auf Temperatur kommt. Da sind drei Keramikbrenner drin. Die müssen quasi hochheizen. Die gehen dann auf 800 Grad. Dauert nämlich kurz, bis es da ist, hier durchfröhnt. So, Brenner ist an. Dann können wir kurz hochheizen. Ja, also wir haben hier ein klassisches T-Bone. Man sieht, das Tier war nicht ganz so groß. Alleine von der Größe her vom Steak. Man darf nicht vergessen, das Steak hat auch ein Drittel ungefähr seines Gewichts verloren durch den Reifeprozess. Man sieht hier, dass es halt ein klassisches T-Bone ist. Wenn hier drüben der Filetanteil größer wäre, dann hätten wir hier ein Vorderhaus-Steak. Und so halt in dieser Verteilung ja auch ein klassisches T-Bone-Stick. Alles ist besser mit Bluetooth. Wir hauen hier mal das Fleischthermometer rein. Also gerade für die, die jetzt anfangen, mit diesem Gerät zu arbeiten, macht das Sinn. Wir wollen eine Kerntemperatur-Erreichung von so 54, 55 Grad. Und wenn einem da die Erfahrung fehlt, dann kann man da auch gut und gerne das Fleischthermometer nehmen. Und 54 heißt jetzt, dass es medium nah ist. Ja, also medium geht schon in die Richtung medium rare. Also ich mag es immer ein bisschen blutiger. Ja, man sieht jetzt, dass der Fett dran schon ein wenig dunkel wird, dass der Knochen dunkel wird. Wir sind jetzt einen guten Wege. Gut, das ist eigentlich ganz einfach gestrickt. Ja, hier hat man ein paar Löcher, sage ich nochmal, für den Rost, der man hier variabel verstellen kann. Je nachdem, was man auch machen möchte. Du machst ja auch mal Weißbrot mit Knoblauch. Ja, das dauert 20 Sekunden, Knoblauchbrot. Man kann so viel machen. Wir hatten den mit dem Urlaub. Wir haben da Schweinefleisch drin gemacht. Wir haben Bratwurst drin gemacht. Also der ist so vielseitig einsetzbar. So. Wie man sieht, das ist nichts Schlimmes. Es ist hier nur der Knochen, der hier dunkel wird. Können wir ruhig noch ein bisschen auf der obersten Stücke hier drin lassen. Letztes Jahr zum Barbecue-Event bei euch auf dem Hof. Da haben wir in drei Stunden 80 Rib-Eye-Steaks da durchgezogen. Also, der sah gut aus danach. So, drehen wir den Kollegen hier einfach mal um. So, von der anderen Seite noch schön brützeln. Wir haben jetzt nach dieser kurzen Zeit schon 37 Grad Kerntemperatur erreicht. Also, das schafft keine Pfanne. Also, das geht nur hier mit diesem Gerät. Man sieht halt, wie die Temperatur kontinuierlich nach oben geht. So. Machen wir mal den Drucktest. Das sieht auch gut aus. Und schon ist es fertig, das gute Stück. Also, das geht nur. So. 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 man sieht halt den kern drin also ich mag es so man kommt kauf an vielleicht nicht jedermann sache aber wenn man es einmal probiert hat dann gibt einem das fleisch recht das ist halt so ich habe daraus darauf ein bisschen salz und pfeffer und das war's eigentlich schon ja viele knallen immer den ganzen rafdorf und dann schmeckt das mehr nachher wird als nach fleisch muss man auch abwehen ein so was den einheit gefällt und was mich da sind es auch das probesalz sein das passt schon dann sage ich mal guten appetit so was hast du ich finde es hervorragend machen beim 3d vielfalt sagen muss das ist nicht jedermanns sache weil der geschmack so intensiv ist also wie viele leute die kaufen sich halt ein teures steak und stellen dann fest schmeckt mir gar nicht also man muss es wirklich erst mal probieren das stimmt wohl das ist wirklich ein neuer geschmack so wir haben jetzt ja einfach noch mal eine schöne reise reingeschoben einfach das noch ein bisschen durch ist ja ich mag es vielleicht auch noch ein bisschen mehr durch da geht es noch mal reingeschoben aber ansonsten sieht das schon wirklich gut aus und es schmeckt halt auch sehr gut hier haben wir noch den schönen filet anteil wir haben wird nachher der bürger meist zu kriegen vom fleisch her kann man dazu essen also das ist so zart das geht schon du hast jetzt hier auch noch alufolie noch mal gemacht einfach nur darum damit du die ganze sache hier nicht so gründlich sauber machen muss oder genau so lässt sich einfacher reinigen dann mache ich auch im galspül werden so erfahrungswerte die man über die zeit hat und es macht auch irgendwie was ja wenn du so ein bisschen alufolie drum machst naja so ein bisschen so ein bisschen glitzer und lametta zu weihnachten ist wirklich schön in den bauern kann man das schon mal mit beeindrucken dünnes eis ganz dünnes eis das sieht schön detlef würde sagen affentitten geil aus ja und ich trankiere das halt immer so auf dann kann sich jeder so ein bisschen wegnehmen also bei so ein steak auch gerne mal fingerfoods sage ich mal so gleich die heizt schon die tonne an und wir haben den rinderbruch aus dem frost geholt den hatte gleich hier rein geschmissen damit der angefrostet ist und nicht so weich wird damit wir natürlich besser schneiden können den wickeln wir jetzt erst mal aus und dann fangen wir an den carpaccio vorzubereiten so weil carpaccio ja auch dünn geschnitten werden muss nehme ich jetzt gleich sein asiatisches küchenmesser und wir machen den ersten schnitt hier in der mitte wir versuchen auch bisschen schräg zu schneiden so wir haben jetzt die perspektive schnell geändert weil hier auch besseres licht ist und wir fangen jetzt an die dünnen scheiben zu schneiden es sei auch nicht perfekt aussehen hauptsache es ist hauchdünn die scheiben die nicht hauchdünn genug sind die werden auch später noch ein bisschen dünner geklopft und wir müssen immer auf unsere schönen finger aufpassen deswegen krümm ich die ein bisschen ein die wachsen haben wir immer so schlecht nach so wir haben das jetzt noch schnell breit geklopft damit das schön dünn ist und jetzt fangen wir an das gericht herzurechnen dann nehmen wir jetzt das olivenöl das kommt übrigens aus kroatien und das verteilen wir jetzt hier so ein bisschen dann brauchen wir noch pfeffer den verteilen wir auch hier schön drüber dann kommt der rucola den machen wir hier in der mitte das kann man ja beliebig machen wie man halt möchte so und dann nehmen wir als letztes noch den parmesan da reiben wir ein bisschen drüber und dann ist es schon fertig ja wir haben ja vorhin unser spider steak in der teriyaki soße eingelegt und das werden wir jetzt mal auf die feuer dann hauen und schauen was da rauskommt und dann legen wir unser spider steak auf ja wir nehmen das fleisch jetzt noch mal ein stück auf die außenseite von der platte und lassen es noch ein wenig ziehen so und da wir jetzt noch ein paar reste haben vom buchbaden und ja vom corpaccio werden wir das gleich in der restlichen teriyaki soße mal eben noch anbaden und haben dann damit auch die ganzen reste verjärtet das macht sich immer hier am besten im gasgelden bock und dann ist das ganze auch haltbar dass wir den bock ordentlich heiß werden beim bock ist wichtig für die flamme heiß 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 den nehme ich gerne auch zum frittieren der bietet viele einsatzmöglichkeiten mal gucken dann hier ein bisschen umdiskunieren wir müssten jetzt die Wissersichtsbeginn ein bisschen umdiskunieren wir wollten ja eigentlich viele zielten wir draußen auf der Feuertonne-Grill, ja und jetzt regnet es nur in den Strömen, machen wir das Ganze hier im Gasgrill auf der Bussplatte, geht genauso gut. Dafür haben wir hier unseren Bacon und parallel rösten wir noch ein Bann mit an. Wir drehen das Böhrmerfetti jetzt von einer Seite an, dann werden wir das Ganze umdrehen und mit einer Scheibe Cheddar-Käse versehen und dann ab unter die Glocke zum Garen. Das heißt Garen, wir essen den Böhrer eigentlich auch meist Medium, ist dann aber auch wieder ganz nach Geschmack, also der eine oder andere ist es auch furcht. Ich habe dann noch ein paar Rundwein-Schalotten gemacht, die mit drauf kommen und je nach Belieben kann der Böhrer dann belegt, wir haben entweder noch mit Tomaten, wir nehmen immer Feldsalat, Gewürzkoven und eine selbstgemachte Böhrersauce. Ja, beim Cheddar-Käse nicht sparen, der billigste ist ja nicht unbedingt der beste. Wir nehmen so meist Old-English Cheddar, der ist vom Geschmack her toll. Glocke drüber, dass er auch schön zerläuft. So, der Käse kann so laufen. So, zu guter Letzt machen wir jetzt noch unser Hüftsteak. Ja, das machen wir natürlich dann auch nur einen Böhrer, der ist ja schön mit 800 Grad, da geht das alles schön flott. Und jetzt machen wir das schön entspannt hier mit unserem Rost hier rein in die letzte Stufe, genau. Zack, und dann geht die Reise los. So, wie Fleike ich vorhin auch schon das schön gesagt habe, das karamellisiert. Ja, das liegt jetzt nicht daran, dass wir das mit Zucker hier umgerieben haben. Nee, das sagt man so, wenn oben sich gleich die Puren sehr schnell schließen und das dann alles schön durchbrennt, sage ich mal. Jetzt auf Jutdeutsch, wa? Genau. Das werden wir gleich noch verzehren. Wir haben uns so schön reinschieben in den Schacht und lassen wir uns noch schmecken. So, natürlich kann man dann auch immer noch da drauf gucken, wie das hier so schön aussieht. Können wir schon rumdrehen, je nachdem. So. Sieht aber schon ganz gut aus. Führen wir das gute Teil wieder ein hier, so. Dann warten wir noch mal ein paar Sitzbündchen und dann geht das los. Das sieht doch schon mal gut aus. Drinnen wird es bestimmt noch schön, schön rot oder rosa sein. Wahrscheinlich noch mehr. Das ist noch sehr saftig. Das ist was für Blei-Gee. Das findet der sehr gut. Dann machen wir jetzt einfach mal hier. So durch. Dann haben wir hier. Also, das könnte noch mal ein Männchen rein für den, der das wirklich medium mag. Das ist jetzt hier wirklich rare oder, naja, medium rare. Noch ein bisschen, dann wäre es, glaube ich, medium rare. Aber für Fleisch-Chiniser ist das genau richtig. Da gibt es ja auch immer Kritiker. Wenn man so ein Ding durchbrät, da weint der ein oder andere. Aber wir probieren jetzt mal ein Stück. So. Na? Ist gut. So, wir machen es noch mal eine kleine Runde hier rein. Lassen wir noch mal mitfahren und dann können wir das noch ein bisschen durchgenießen. Sondern wir machen es noch. So, wir machen es dann hier. So das war es mit unserem Video, wir hoffen natürlich es hat euch gefallen und wir konnten euch das Fleisch ein bisschen näher bringen. Ja und wenn ihr Fragen haben solltet, entweder schreibt uns oder kommt im Hofladen vorbei, wir sind immer für einen guten Rat da. Genau und solche Videos werden vielleicht auch noch mal öfters kommen, je nachdem, wir probieren uns das jetzt erstmal aus. Es war vielleicht auch erstmal ein bisschen schwierig das alles zur Hand haben, das auch alles mit der Kamera so einzufangen. Ist nicht immer ganz so einfach wie es aussieht und wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt das ruhig in die Kommentare. Gebt einen Daumen nach oben oder wenn ihr euch was besser machen würdet, ruhig auch in die Kommentare. Aber das ist ja jedem so sich selbst überlassen und in diesem Sinne, tschüssi. Macht's gut. Das war total bescheuert jetzt. Oh Mann, normal. Bist du, egal. Ja gut, alles klar, kann man so lassen. Wir brauchen jetzt nie für ein Foto. Genau. Fertig. Das while im光es works. Das war一mal sehr gleich, sad. Das war eine Juröhung. Wir brauchen jetzt eine Ruhe. Wir brauchen alles das ganzebesch함 und kleinesische stein hier. Sie различ